In Führung nach gut zwei Runden der Patrick Jakobs vom TV-Höfen. 30.06.2012. Wir sind in Eicherscheid. Das ist der Start des fünf Kilometer Raufs. Das ist der Start des fünf Kilometer Raufs. Das ist der 10 Kilometer Raufs. Das ist der Start des Kilometer Raufs. Das war die Plische. Ja, der wir mitвет torch meinen Stuhl bekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Standortgewechselt! Ja! Prima! Hi! Ist das richtig hier? Jawoll! Das ist jetzt der Halbmarathon. Das ist 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 der Halbmarathon. Stefan, warum ist das? Ich habe da nicht mehr gesehen. Das ist schlimm. Ich bin hier. Das ist auch ein Zeh. Ich bin hier. Wir sind hier. Super! Hi Stefan! Hi Steffan Hi, ist der Ralf schon wieder? Jetzt nicht? Einsam macht was drauf Ja Ich hätte mal wartet, bis ich die Stolter hier aus dem Böde bin Sind alle drauf, ist Film Ja, ist die erste Verpflegungsstelle Sind wir schon wieder hochgegangen? Nein Prima Schön, Helmut Kommt Ja, ja, die sind auch gut gegangen Aber dann war die doch so glücklich, dass sie auch gekommen sind Dass die anderen Eltern noch so sind Ja 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 Vielen Dank. Hey. 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 Stop it. Bye. 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 Bye.